Sieht ganz schön aus hier. Ich habe schon immer, glaube ich, alles gesagt, was Sie sagen wollen. Irgendwie der Adrenalin ist auf so einem hohen Level. Halt durch, Lucy! Und ich habe noch einen Hund. Wir machen Sport zusammen. Und das ist natürlich toll. Das ist ja jetzt endlich wie bei den Menschen. Also da hat es wirklich eine halbe Stunde lang so geschüttelt. Mensch, scheißegal, man legt sich auf die Bühne, dann ist es halt so. Und wie die Menschen auf die Lüse reagieren, sind wir eigentlich total toll. Ich habe nach einer Stunde gehört, das ist viel zu viel. Alter Schick! Jetzt muss ich aber weg.